Fest, äh, schräg ist. Das ist mein Ziel. Ach so, du willst, dass es schräg bleibt? Genau, aber halt pausiert ist, aber trotzdem halt zu keinem festen Block ist, weil du kannst ja keine Blöcke schräg passen. Ja, genau. Wrench nehmen und einmal hier dran drehen. Das ist quasi ein bisschen die letzten Zustand. Ne, 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 nicht rechtsklick, sondern drehen. Nochmal draufrücken. So, du siehst dein Interface, ne? Ja. Okay, dreh das mal auf die letzte Position. Das heißt quasi, dass das Ding immer disassembled bleibt. Das heißt? Ähm, es gibt drei Zustände. Mach du's. Ich hab eigentlich schon alle getestet, aber es ging nicht. Ja, der letzte Zustand ist der wichtige, also den du brauchst. Du hast drei Zustände. Der letzte Zustand, also der erste Zustand bedeutet, immer sobald das Ding irgendwo angekommen ist, ja, versuch dich zu assemblen, okay? Der zweite Zustand ist, nur wenn das Ding in der Ausgangsposition steht, assemblet es sich, okay? Ja. Und der letzte Zustand ist, assemble sich nie. Das heißt, du machst das hier weiter und wenn du glücklich bist, reißt du das hier ab und dann kannst du stehen lassen. Ja, guck, das war der Fehler, weil ich hab hier draufgeklickt. Guck. Guck.